Die Falle ist zu. Voller Hoffnung machen sich die Biosphäre-Freiwilligen auf den Weg. Doch wieder kein Gepard. Ein neugieriges Stachelschwein hat sich in der letzten Nacht selbst zum Gefangenen gemacht. Besonders eilig scheint es das junge Tier nicht zu haben, wieder in Freiheit zu kommen. Obwohl es für das nachtaktive Stacheltier eigentlich höchste Zeit wäre, sich zur Tagesruhe in seine Höhle zurückzuziehen. Endlich hat's das Schwein, das in Wirklichkeit ein Nagetier ist, begriffen. Die Falle ist offen. Nichts wie weg hier. Ab im Schweinsgalopp. Neues Spiel. Neues Glück. Nun, auch die nächste Falle entpuppt sich als Miete und ist doch irgendwie ein Glückstreffer. Ein höchst ungewöhnliches Tier hat sich in der Nacht in die Falle verirrt. Ein Erdferkel auf der Suche nach Termiten. Es bleibt noch Zeit für eine schnelle Aufnahme. Wie er kann sich schließlich schon brüsten, ein Foto dieses selten und äußerst lichtscheuen Gesellen zu besitzen. Trotzdem soll er schnell wieder freigelassen werden. Matthias selbst nimmt sich diese Aufgabe an. Rasch, damit sich das Tier nicht doch noch eine blutige Schnüffelnase holt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.